Einfach dead by download. Dass ich das Spiel mal spiele, ey. Krass. Hab ich auch nicht so schnell erwartet. Laut? Nö. Geht. Aber es wird nicht gecaptured. Doch. Jetzt. Let's go. Akzeptieren, akzeptieren, akzeptieren. Ich nehm ne Waschmaschine. Wird's ja jetzt besonders interessant, wa? Ja. Ja, ich glaub auch. Ja, aber theoretisch meine Minute habt ihr noch Zeit, ne? Achso. Komm doch mal. Wenn wir jetzt alle Ready drücken, dann nicht? Also. Ja, aber ich kann ja, ich hab jetzt ne Minute Zeit, um Ready zu drücken, oder? Ja. Ja. Shit. LBLJ durch das Level, jawoll. Das versuch ich. Yes. Geil. 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 Nachgeburtstagskuchen für Lennon. Nach, träglich Geburtstag, herzlichen Glückwunschgerät. Ja. Geil. Vielen Dank für die Blumen. Trickster. Mr. Sexy. Oh, dann kriegen wir den, dann kriegen wir den J-Pop-Typi. Yes. Dann kriegen wir den BDS, oder wie? Ja, ja. Mr. Sexy. Viele finden ihn sehr heiß, tatsächlich. Ja, Mr. Sexy. Ich find, das ist der unpassendste Killer von ganz DVD. Ja. Okay. Was? Das darfst du nicht sagen. Das darfst du nicht sagen jetzt. Vor allem nicht jetzt, wo er gegen uns spielt. Du musst ihn loben. Herzlich willkommen beim K-Pop-Konzert, liebe Leute. Habt ihr euch alle eure Garten gekauft? Wir sind eigentlich die Crew, die die Boxen reparieren muss. Die ausfallen. Die Scheidwerfer. Das Suffocation-Pit. Das ist Open-Air. Ach du Scheid. Junge, das wird was. Jetzt. Oh Gott, ich will jetzt erst. Ich hasse dich. Boah, meine Maus fühlt sich an, sonst hätte ich die weggeworfen. Oh nein. Hier ist eine Krähe. Einen kann ausgewählt, dass er bei mir spawnen. Ich glaub, der mag. Oh, da vorne ich sah. Da vorne ich sah. Ja, ja, ich hab' gesehen. Atom-Elke? Ja, ja. Geh' mal ran, oder? Hallo, da. Punkt ab. Oh nein. Oh nee. Ich mag K-Pop. Alter, wie schnell ist der? Ihihihihihihihihihihihihihihi. Warte, ich re operier mal hier mit. Kann ich Tür zumal? Ah. Das kann Palettenumwerbe? Ich caped. Es kann auch nicht... Ui, die Skin ist ja nicht so geil. Es kann auch nicht sein, Lello, dass du denen entkommst und mir in die Arme spielst. Ach Toll Lennon Toll, Entschuldigung Ok wir sind durch Das ist einer, kann man da einfach reparieren Es lebt mich, lebt mich Ich bin hoch Also wir müssten eigentlich den Generator hier bei uns aufschaffen, wir sind sehr weit weg Wenn wir Glück haben Ist er bei dir Lennon? Ja Ja nice, ok wir haben Zeit Lauf mal in der anderen Richtung mit Wo bin ich, ich weiß nicht wo ich Oh Gott da ist er Drecksau Wie aber schnell du Wer mich, wer mich Let's go Pull down Junge Ja bitte Ich weiß nicht ob ihr es schafft bevor ich in die zweite Phase komme Das ist gerne Aha Wir laufen so schnell wie es geht Ok Pop Dude Links ist das Ich mach den weg Junge Ich mach den weg Sag Junge Der ist bei mir ja Der wirft Sternen, Wurfstern, Ninja Macht, ich halt den auf Flo Hallo Flo He Hä Ja 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 Der tut mir dich jetzt, der wollte auch ganz langen, voll gut, Nemo. Ich hab ne Chance. Oh Gott, der hat ne Chance. Oh, der ist sehr nah. Oh, der ist sehr nah. Der hat ein Laserschwert. Oh, ich hab's verballt. Es tut mir leid. Wiggle. Ja, alles gut. Wiggle, wiggle, wiggle. Bewegt, mein Mann. Oh Gott, ist das laut. Ich häng am Haken. Er kommt in unsere Richtung, ne? Er kommt, er kommt. Nein, ne. Ich versuch mich rauszuarbeiten, aber ich geh immer rief rein. Mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht, mach das nicht. Okay, bin tot. Nein, nein, halt durch, halt durch. Ich komm gleich zu dir. Ich denke mal ab, ich denke mal ab. Er läuft zu Erik. Ich komm, ich komm, ich komm. Du musst aus dem Checker aufwählen, du? Ja, hab ich. Nein, ich hab verkackt. Oh, stimmt mir das nicht gut. Du darfst jetzt aber nicht nochmal einen Haken kommen, das ist ganz schlecht. Ist das falsch mit dir, Erik? Ernsthaft? Ja, ich wusste doch nicht, dass du zu dem Gegner nicht interessiert bist, ich weiß nicht. Ich kann dich nach Lenden und dann ist es auch so ein Ende hier. Hier? Mann, ich krass da raus. Wer kommt? Wer geht? Was macht der da, der kleine Penis? Der ist immer noch am Haken in der Nähe. Die Sache hat einen Haken. Aber er ist hier noch. Ja, irgendwo. Ich weiß nicht genau wo. Ist er noch da? Kannst du mich auch mal kurz kauen? Das geht auch. Okay, nice. Okay, nee, jetzt. Kann ich dich? Ja, ja, ja. Oh, fuck. Oh, er kommt, er kommt. Oh, fuck, er kommt. Okay, er ist bei euch. Ja, er ist aber, er kommt zu uns. Fuck. Leute, weil wir sind direkt vor euch gewesen. Lauf, lauf, lauf woanders hin, lauf woanders hin, lass uns rein. Er hat mich. Bin ich halt, Steffi gerade? Ja. Fuck, fuck, heiße. Oh, fuck. Ich reparier. Man muss ihn auf jeden Fall im Blick halten. Er hat einfach die CSGO-Skins. Wo bist du, Steffi? Steffi, ich bin hier gerade. Der holt mich jetzt. Auf jeden Fall sehr weit weg. Oh nein. Er bringt mich in den Keller. Nooo. Okay. Scheiße. Ich glaube, ich soll hier reifen. Oh. Oh, scheiße. Der ist so fast, ey. Ich hab noch vier Zeichen. Alles cool. Da ist jemand bei nem Generator. Ich glaub, wer ist das? Äh, Steffi ist das, glaub ich. Ne, ne. Ich war es. Ich hab die Hälfte hier. Ich bin aber ganz weit. Er kommt zu euch. Er kommt zu euch. Er kommt zu euch hinten. In die Ecke. Ja, er kann dann nebenbei. Ja, ich bin in der Nähe. Ich hab gleich den Generator fertig. Oder soll ich nur kommen? Erik, machst du gerade den? Oh, ich hab gerade Ruinen zerstört. Alles gut, ist gut, ist gut. Ey, ist bei mir, ist bei mir. Also, du kannst ihn holen. Ich geh, ich geh, ich geh. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Also, wenn ich kann mir das Bein brechen, wenn ich die Treppe runter falle. Nein, 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 nein. Das ist nicht den. Hallöchen, mein Großer. Geht, 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 geht. Ist er noch bei euch? Die rechte Seite ist der fast fertig. Der ist auf mich zu euch. Der kommt von links gleich. Der kommt gleich von links. Also vorsichtig. Ja, Erik, ich bin noch da. Ich hol dich gleich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, was du da bist. Links von ist jetzt der Generator auf jeden Fall. Warte, hör aufs Rennen, hör aufs Rennen. Warte, nein, 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 hör aufs Rennen. Lass uns erstmal eben kurz hier schlägen machen. Jetzt hier irgendwie eine Ecke oder so. Ja. Pummel hinterm Schwall. Da gibt's auch wenig keinen Check. Vorsicht. Ja. Hab ich bei der Welt eben schon gemerkt. Also hab ich es auch rausgerissen. Upsi. Hier, geradeaus. Geradeaus durch. Das ist der. Der müsste fast fertig sein. Der ist fast fertig. Dreiviertel voll oder so. Nice. Kann ich mithelfen? Ja, ja, ja. Ja, Mann. Du Scheiße. Na, jetzt noch bei euch, oder? Der ist ein Wohnzimmer, ein Wohnzimmer. Fuck. Wir haben jetzt gleich den Nächsten. Sehr gut. Der holt sich hier gerade. Der holt sich hier gerade Dolche bei uns. Ah, ich seh's. Ja, ja, ich seh's. Ja, komm mit mir mit. Wo bist du? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Soll ich mitkommen? Oder was meinst du? Naja, lass mal gleich zusammenbleiben. Der ist gerade bei euch in der Ecke. Ich weiß nicht. Das war schon weiter weg, glaube ich. Oh. Nimm das mal. Nimm's mal auf. Nimm's mal auf. Rek hat gesagt, wir sollen das aufnehmen. Okay. Der ist bei dir, ja? Was mach ich jetzt damit? Ja, ich bin tot. Scheiße. No. So lange wie es geht hingehalten. Aber... Da ist er. Ja, wir müssen Shane machen. Wir müssen Shane machen. Ja, ich bin jetzt auch direkt tot. Also ich fahre. Hat der dich aufgenommen? Oder lässt er dich fliegen? Nein, der hat schon. Hat er schon. Ja, ist schon. Der kommt direkt zu uns gerannt. Geht sie, boys. Ja. Der kommt direkt zu uns gerannt. Wollen wir abhauen? Ja, wir wollten vielleicht uns eben kurz verstecken. Ich weiß nicht. Ja, der wird als nächstes da wahrscheinlich hinter mir her sein. Weil ich schon zweimal hing. Oh, warte. Vorsicht. Keine Ahnung, boys. Glaub ich, Leno. Er ist grad beim Generator. Er ist grad beim Generator. Er ist grad beim Generator. Ist jetzt kommst du zu dir Steffi? Scheiße. Ja, ja. Ah. Sollen wir wieder zum Generator? Oder was? Nee, fuck. Er ist noch hier. Warte mal. Wenn Steffi hängt, ist auch vorbei, ne? Ja. Deswegen, also Steffi kann das nur versuchen, für euch Zeit zu holen. Oder ihr rennt immer in die Fiere damit da. Wir könnten jetzt. Ja, ich auch. Ich bin auch durch. Ja, aber der wird mich tunneln. Ja. Scheiße. Er hält dich hoch, ne? Ja. Hey, wir kriegen den fertig. Müssen wir zweimal kriegen. Ja, aber der macht lieber, macht lieber nen Channel so rein. Er kommt jetzt zu uns. Er kommt zu uns. Er ist direkt neben euch. Der ist direkt neben euch. Komm schon, der muss fertig werden. Komm schon, komm schon, komm schon. Lauf du weg, lauf du weg. Jawohl. Nein, er folgt mir. Er folgt mir. Ist fertig? Nein, nein, nein. Er ist noch nicht fertig. Soll ich fertig machen? Ja, versuch dran zu bleiben. Wenn ich jetzt sterbe, wobei ich hab noch einmal. Ich hab noch einmal. Ich hab noch zwei. Alles gut. Ja. Aber Leno wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Ne, Leno nicht. Scheiße. So, ich bin jetzt gerade im Kämpfen. Checkt der mich? Sieht der das? Wo ich bin? Du verletzt, bist du verletzt? Ja, jetzt musst du laufen. Ja. Ah, fuck. Hey. Versuch mich zu holen. Versuch mich zu holen. Das ist der letzte Modus. Mehr kannst du nicht machen. Er ist direkt hinter mir. Oh, ho, 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 ho. Mit seinem Laserschwert. Wir haben so gut angefangen. Schade. Wir haben sogar einen Generator mehr bekommen als, als, äh, das letzte Modus. Ich muss das, muss das Game ein bisschen leiser machen. Schade. Aber hat er sich schlecht gemacht? Ne, echt. Schon ganz gut. Da sind die Punkte weg. Am ersten, beim ersten, eigentlich nicht, äh, mich da festgekrallt beim ersten Mal hier so mit dem Ding da. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ja? Ja, wusste nicht. Ich dachte, ich könnte mich nicht befreien. Es macht keinen Bock, wenn man so ein Bull-Team hat. Das ist ja unnormal. Ja. Ja. Also es bockt richtig. Warte mal. Was war der denn für ein Level, der Typ? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben noch Ehe, an Goldi.de und, äh, oder Goldi.de. An Ravenomi, an NoMoney4bier und einen ShyPlease. In der die Stadt. Vielen Dank. Auf Erik und mich eher weniger. Danke. Hä? Ich, ich, ich hole jetzt Zeit raus in Deluxe, weißt du so, ja, auf Erik und mich ist sicher. Okay, dann, dann spiele ich jetzt halt mit Tassopur, ne? Jetzt kann ich das Menkrat ja weglegen. Bis zum nächsten Mal.